Wissen wir doch alle, dass du die Haptik von COD gekauft bist und dass da immer alles gutreden musst und ab und zu Kritik äußerst, wenn es nicht klar ist, dass du gekauft bist, ja. Bei mir ist aber, ich glaube, das Kritik-zu-loben-Verhältnis ein bisschen unausgeglichener als das manche denken. War ne normale, achso, ja, deshalb hab ich die ignoriert, ja. Im Endgame nehm ich keine normalen Gasmusken eigentlich mehr auf, auch wenn's dumm ist, jetzt. So, komische Zone, wir gehen Observatory, oder? Ich geh Rohan-Eul. Okay. Ich spiele 1440p, also nein, nicht Full-HT, Full-HT. Richtig geil, dass die, also groß und mittler Rucksack, dass wir das wegmachen, ist richtig nice. Das ist richtig gut, gute Lösung. Weil sonst wär das mit dem neuen Lutzsystem richtig schwanz geworden, wenn dann so viele Sachen aufeinander liegen. Mhm, ja. Aber dann hat jeder quasi nur den kleinen Rucksack, so wie es jetzt ist auch, oder? Genau, ja. Und das find ich auch gut, weil dann musst du halt viel besser so abwägen. Genau, da kannst du nicht 30 präzis 7 Self-Raves und sowas mitnehmen. Ja. Ich bin tot. Nö. Not under my watch. Junge, Junge, der wollte mich ja so... Andere Seite, schade. Ja. Und ich hab nachgeladen, statt die Tür zu schließen. Danke. Wusste nicht, priorisiere, interagieren funktioniert doch nicht. Schade. Mittlerer Rucksack wäre für dritte Waffe cool gewesen. Stimmt, ja. Dritte Waffe gibt's halt nicht mehr, stimmt ja. Ja. Aber war es jetzt wirklich Meter? Es war geil. Okay. Aber... Ich hab sehr selten die dritte Waffe benutzen. Äh, benutzen. Benutzt. Sehr, sehr selten. Wie oft habt ihr das so genutzt, Chat? Mhm, das fast ja. Ich hab's wirklich nur beim Nuke-Auftrag gemacht, wenn ihr Sniper gespielt habt. Genau, ja. Wenn ich aktiv ne perfekte Sniper gefunden habe und auch dran gedacht hab in dem Moment, dann hab ich's mal genutzt. Aber sonst wirklich auch fast nie. Also ich werd's nicht vermissen, glaub ich. Nach so drei Tagen weiß man gar nicht mehr, dass es das mal gab. Ja. Beide links. Wie so ein One-Night-Stand. Ah, links Shootbreak. Der andere AFK, by the way. Den einen kannst du hören. Okay, wo ist er denn hin? Er sitzt hier in der Ecke. Jede Aktion muss Konsequenzen mit sich bringen. Also bitte, stimmt ja. Also was das für ein Argument ist. Ja, ja, ja. So hast du wirklich bei dieser Aussage bekommen. Ich hab auch das komplette Video von Kayser reagiert. Was er jetzt vor vier Tagen gut klar hatte. Aber hab ich auch überlegt, aber das wär mir zu lang gewesen. Und ich sag dir auch ehrlich, ne? Hast dich gelohnt. Das hört sich jetzt erstmal falsch an, aber es war so anstrengend. Mhm. Es war so anstrengend, weil das halt, weil, also, war auch wichtig fürs Video, Chris hat aber sehr weit ausgeholt. Da war wirklich alles. Ja. Also, er hat nichts ausgelassen. Und ich bin auch so sauer geworden beim Video. Mhm. Weil sich das alles nochmal anzuhören, ne? Was alles falsch gelaufen ist. Ja. Ich hab auch überlegt, ob ich drauf reagiere. Aber es wär wirklich ein viel zu langes Video geworden. Ja. Vor allem, ich hab ja auch schon viele, jetzt schon etwas längere Videos darüber gemacht. Deshalb hab ich gedacht, ne. Ne, 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 ne. Hier, by the way. Das wurde oben direkt empfangen. Ja, ja. Mit diesen runtergestrungen. Ja. Das hab ich jetzt wieder oben gelandet. Mhm. Wart. Ich hab ganz kurz gelootet, jetzt sehe ich es ja nicht mehr. Doch einer genommen. Was hast du denn? Verschiedene Teams. Oh. Macht er gut. Verschiedene Teams. Teamweib. Der hat so einen Turn-On gefressen gerade. Hilfe. Ich fand das Video super. Ja. Ja, ihr wisst ja, wie ich das meine. Also. War ja ein gutes Video. Aber es war halt gut. einfach anstrengend. Ja. Weil so viel falsch läuft. Ja, ja. Also das Video ist klar, dass wenn du so eine Lütung machst, dann wird das Video langweilig. Weil es wirklich viel anzusprechen gibt. Ja. Sniper drin. Ja. Oh Gott. Oh. Was? Was? Das ist halt verschiedene Save. Wenn du schießt, kann ich vielleicht da rüber. Oh ne. Ich glaub ich muss hier. Hier stand. Ich hab nen Prezi. Ihr kommt nen Prezi. Ich bin der Christian Stylers. Ist der noch da oben drin? Ich brauch ne Platte. Ich hab Platten. Wir sind vielleicht zur Festung gegangen. Ich hab hier Panzerraum. Lass da mal einrichten. Ach, ich dachte. Digga. Hä? Bro, ich kassier schon wieder ne Doppelhelm-Bombe. Zwei Mal hintereinander gerade. Mit Full-Plates. Bumm-Bumm. Wie? Und schon wieder Resen. Naja. Wie geil wär's denn? Das ist ja jetzt auch Doppelhelm-Bombe aukassier. Jaja! Juhu-Juhu! Yupu-Jauu. Ja,ariau-Ju. Dette. 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 Jaaha. Ist der im Tower? Ich sag hier gar nichts mehr. Ich hab ihn getrede. Also den Tower. ever There is a letter flex. sehr gut sehr sehr gut also wie perfekt haben die das denn gemacht schießen die immer noch ich sehe nicht dass wir hier zu der festung gehen machen die werden so sehr gut oder die erwarten der hat an die sau ich schwöre es er hat an kannst du entspannend der muss anhaben das wird nix der muss anhaben oder oder ist er wirklich der krasse spieler der zeiten ich sage ich sage jetzt erste runde lasst mich doch einfach zugucken jetzt alter wie lange das dauert bis die platzierung alles weg ist was sagt jetzt gelbe rote grüne karte ich von mir gibt sofort rot direkt rot sowie wieso sie sind faul aus 20 meter entfernung schiri rennt hin zieht sofort rot so weißt du so ohne noch mal zu überlegen oder zu überprüfen sofort rote karte ich sag sofort rote karte level 31 hat gar kein movement und und hat uns also dreimal so genutzt und der name auch also quirky turkey ist auch ein richtiger auch anhaben oder das war dann immer doppelhelm bomben eigentlich schon ja oder er hat halt wirklich bumm bumm ne die spielen beide signal ja ja ich sag die haben beide an ja das ist doch ein guter erst upload lass an der stelle schon mal ein like da wieviel da werden die wieviel da werden die jetzt in die kommentare ich sag die gewinnen auf keinen fall ne die gewinnen nicht diesen shit die gewinnen auf gar keinen fall ich sag die werden 20 star oder so maximal hat der nukeskin echt ich kann nicht gesehen ja ja ich glaube man hat gerade ihr seid ihr seid ihr seid nur neidisch also wenn sogar er so eine nuke erspielt ihr seid einfach schlecht mit level 31 ja dann genau gute gut gebaute fennec auch muss man auch dazu sagen ja ja keine spieler melden hat er hat es noch zu angenommen meist gesucht da bin ich aber wirklich mal gespannt wo geht jetzt auch nach oben der team wird auch nach links schossen das jetzt ein witz oder jetzt denkst du die setzen sich jetzt zu zweit in den tower mit mais gesucht ich glaube nein mit s-minen und cluster-minen die menschen die hacken jetzt nicht werden es richtig zum affen gemacht jetzt er hat sie aber nicht gesetzt die kastamine wie lustig wäre wenn er sie oben setzen würde das ist ja das ist schon sehr lustig ich würde lachen glaube ich schwunzeln so gut jetzt will ich aber auch mal ein cheat sehen und dann also das ist schon das ist schon also ich sage es mal so wie es ist also wir selbst wenn die nicht cheaten würden würde ich sie beleidigen einfach dafür dass sie spielen mit doppelt sniper hier oben im tower unten s-minen und wenn die jetzt auch noch cheaten dann sind es auch wirklich ganz eklige also das also mehr also das ist halt so alles alles was wie es bisher läuft ist typisch ja ist aber auch komplett paket hug und sohn ja genau die sind auf die welt gekommen und haben das komplett paket gebucht ja 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 aber hat er dann keine worte die die dies hier hat er bei dir abgeguckt glaube ich ja ja das ist mein klassen video ja er scheint auch sehr verwirrt zu sein ja voll aber weißt du was ich nicht verstehe also wenn der anhaben sollte hatte doch bestimmt auch dann müssen die doch wissen wo gegner sind das würde erklären vielleicht dass der teammate komisch außer und dann hat der tipp jetzt auf ihn geschossen also die haben auf jeden fall an also das schon mal sicher also du erspielst keine nuklein so schlecht bist wir haben drei helmbomben bekommen also da will ich bin ich bin zweimal gemacht ja genau viermal wir haben vier doppelhelmbomben passiert von denen erst einmal besser ich glaube auch das genannte paket scheint also ein dauerangebot zu geben ja ja das gibt es dauerhaftes angebot der muss ja auch einen puls haben das ist ja wirklich ja oh mein gott hat quirky turtle gerade den bot weggesniped oder war das ein echter kill hatte der davor zwei war das sein war das war das ein kill guck mal der steht jetzt in der ecke einfach macht aus er hat wirklich ausgemacht also wenn du es ein echter kill war da ach du scheiße er den wirklich auf 300 meter gerade gequickscoped war das ein bot da unten oder den echten gegner getötet das war ein kill nein ehrlich und macht sein wort erstmal aus das war das war safe to suspect no no i have to turn it down i have to turn it down das war gerade also ich habe im perfekten moment glaube ich drauf gesucht oder so stellt euch mal vor ihr cheated und spielt so also das sind halt zwei sachen die ich nicht verstehe er wusste gar nicht mehr und aussteht ist er immer noch in der ecke ok amt zu crosswerper auf jeden fall ja ich sehe es was so war da was wir machen können ist wer so ein report geht es geht nicht da ist noch ein gegner schießt doch auf ihn wurde ich sehe nicht ach so weil ich auch an habe deswegen geschehen ach so ja du hast rotes kästchen um ihn rum gehabt ne wem schaust du gerade zu turtle oder kämpfen ich auch okay er sitzt also das ist auch ich schaue jetzt wieder auf kämpfen zu wenn er jemanden zuschaut und ersetzt sich in die ecke das ist immer ein schwieriges zeichen vor allem wenn es mehrmals passiert nein 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 ich bin noch falsch drauf ja alles kämpft und schießt er hat ausgemacht er ist ja oh mein gott was passiert jetzt na oh mein gott nein zürde er hat die bei die headshot sniped ja er hat fünf kills ja also ich würde sagen wir bleiben auf turtle drauf weil der andere ist glaube ich der hat einen anfall oder so gerade er hat bei der headshot sniped nein ich bin genau dann digga turtle sitzt in der ecke das auto schaut vorbei der steht auf schießt vier mal und setzt sich wieder in die ecke und jetzt macht er wieder nischt das hast du das gar nicht gesehen ich habe den letzten hätte schon noch gesehen also die sind richtig 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 scheiße gerne auch mal dann kleines persönlichkeitsprofil ausstellen heißt irgendwie yy foxy ist 35 jahre alt ja liebe grüße hast du dir angeschaut was da so bei gefällt mir angaben waren jajaja weil die müssen wissen bei twitter kann man sehen was die leute so liken ja und da erkennt man manchmal auch so ein gewisses muster je nachdem mit was die leute man diskutiert das hast du so hext keine ahnung das war schon sehr sehr einleuchtend dann ja warum sollte mal mit 35 ab 35 geht das los tatsächlich alles an und er steht ja die ganze um das ist schon heftig warum hat er aber nicht zweimal einfach geschossen gerade wo also ich also sprachlos ich verstehe jetzt nicht was also das ist egal weil auf new gehen macht ja keinen sinn weil sie haben den skin schon an lockern warum steht jetzt defensiv aber ich muss an der stelle jetzt mal also real talk ich meine das ist nicht böse dass also das einzige wie ich mir das jetzt wirklich ganz im ernst erklären kann ist wenn der wirklich wenn die wirklich geistig eingeschränkt sind oder gibt es eine andere erklärung dafür holst du dir dann ich weiß ich keine ahnung wenn du ein funktionierendes gehirn hast machst du dann sowas von du siehst ja auch anhand deren generellen wie sie alles machen dass sie halt nicht so drin sind und so wir sind sehr langsam die sind sehr langsam mit allem das ist das einzige wie ich irgendwie verstehen kann die pläten nicht mal das ist ein bug beim zuschauen ich bin gespannt ob das in season 2 weg ist jetzt geht er wieder da oben rein setzt sich wieder in die ecke und er hat jetzt wieder die ecke gesetzt und ihm ist auch wirklich alles egal wussten was macht und sein er hat einen kill geholt echt i love camping hat einen kill geholt steht jetzt am rucksack und wartet da einen vierten er hat jetzt den prezia aufkommen er hat so lange gebraucht dafür nein die sind wir sind einfach nur dumm ja 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 was sagt also was was ist jetzt also was ist jetzt was ist denn deren ding jetzt was machen die jetzt der eine macht auch einfach irgendwas der glm macht den ding auf näher hat sich hinbekommen das zu drücken hallo i love camp doch herzgeräusche okay man hört nur das geräusch nicht und er wird gesniped bei ihm oder bei wem oh mein oh mein gott warum hat er mich gefinished gerade also er lockt ja so geistesgestört schreibst du ja ja oh mein gott der gas mit der sickness der geist gestört also ich ob wir scheinbar wollen die 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 runde gewinnen aber ich frag mich halt warum die haben beide den nukes also ich habe so ich habe das nicht gesehen nie in game habe ich das habe ich auch noch nicht gesehen also mit der signal die signal ist ja richtig gut ich muss die mal ausprobieren vor allem mit unseren schießen könnte das ja genauso gut funktioniert aber aber daran merkt man jetzt doch er ist dumm er ist wirklich dumm ja oder weil er weiß also auf dem spieler der genockt ist lockt er ja nicht doch 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 der hat doch gerade auch den einen übelst verfolgt fast so gut wie win kup das ist doch vincent dem hier zuschauen das sind sind ja er finde ich die leute nicht nein oh mein gott der hat geschrieben der camping hat geschrieben geht gut ja doch der war legit das war nur cheating schön der spielt mit dem gegner der steht einfach nur mit denen also habt ihr schon mal so einen krassen cheater gehabt chat no aimbot hier perl schreibt der isle of camping typ in den chat nein oh man ey wirklich aber die werden das nicht gewinnen die sind zu dumm und zu schlecht dafür boah weiß ich nicht turtle also das ist schon also der hat schon echt alles an er hat nur noch 6 shots ja stimmt ich glaube er wird nicht checken dass er auf einmal keinen was sagt ihr chat habt ihr sowas schon mal gesehen er wird es gleich nicht merken dass er dass er keine bullets mehr hat sage ich ja das wird der self nicht merken und dann wird er erst losgehen der würde auch so mit drei schuss fennek noch ein team pushen oder so sage ich weil ich glaube du musst halt trotzdem noch halbwegs funktionierende gienzelle haben ich glaube der hat keine davon einzel chat die gewinnen zwei die gewinnen nicht was sagt ihr was machen wir bei ausprob eigentlich landen bei denen ja wenn er guck mal wie sieht er beide liegen die kleinen ratten guck dir das mal bitte an guck dir das mal bitte an diese ekligen da wird mir ja schlecht aber ich sage die gewinnen das nicht oh army rexit wurde gerade gelivebannt oder links im chat killfeed oder das ist doch das steht auch da wenn jemand gelivebannt wird ja ja oh mein god hilfe 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 any liveban for youtube please spiel verlassen spiel verlassen was passiert da gerade mit der lobby da quitten richtig viele war liveban ja ne ja hat das spiel verlassen was passiert in der lobby sind wir hier wo hast du mich hier reingebracht er hat so lange gebraucht zu tippen warte mal oh mein god ja ja er hat sich gerade in die ecke gelegt um er hat zwei minuten für den text auch gebraucht er hat zwei minuten gerade gebraucht um zu schreiben that's what someone would say who needs to get good ah he killed me i'm good he must be cheating haha wie tut alles weh z nee also die müssen geistig eingeschränkt sein das kann nicht anders sein digga also er lag wie lange lag der da gerade er hat Helmbombe kassiert i love camping aber ich weiß nicht ganz ob i love camping auch an hat ich hab dir noch nicht so oft zuge also ich hab dir noch nicht so oft zugeschaut jetzt schreibt der wieder nein bro stop typing ich bin mir unsicher also der lockt nicht so krass chat oder i love camping sag mal ehrlich jetzt ich hab stop camping geschrieben nein jetzt schreibt der wieder maaaann ich guck dem nicht mehr zu zeitüberschreitungszeit ne der nervt extrem digga was ist das auch für ein lobby hier disconnected und zeitüberschreitet jeder der lockt auf jeden fall auch auf genockte aber er finnisch ihn nicht digga er macht da jetzt ums self revive bist du die müssen also i love camping hat glaube ich nicht an sag ich dir ehrlich echt oder chat er hat mit 31 den nukes gehen und die haben die ganze zeit gedaubert schützen hat hat er auch ausgemacht ich denke dann hat er ausgemacht er war ja gerade eben auch die ganze kirk hat er bei dir geholt um weiß ich nicht ein kill hat er geholt dann saß noch einer da drin jetzt hat er sich kirkiturkel hat sie jetzt unter die treppe gesetzt unter die treppe echt so ein nichts nutz ist mir eine eingesammelt Tür aufgemacht kurz geschaut was passiert da in dem gehirn gerade ich sage sehr wenig sehr sehr wenig was machen die denn can't watch the terrible gameplay anymore see you gary starkes aim ohm alter digga denn er finnisch die gegner nicht ist ihm egal es ja was glaubt ihr chat glaubt ihr immer noch die gewinnen oder verlieren die na die haben halt echt ne gute zone eigentlich ne wobei die müssen jetzt wieder move ja wir sind im low ground er finnisch nicht einen Gegner ich bin so triggert ne ja i love camping tot nein 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 haben die jetzt auch noch Glück gehabt dass das andere Team da er finnisch auf die Distanz mit der Fennec boah ich weiß nicht und man kann einfach nicht melden das ist das allergeilste 1 1 fordere Aufklärung an Drohne angemacht sechs andere Leute auf vier Teams ich denke der turtle verkauft nuke chat er hat den nuke skin es ergibt vorn und hinten keinen Sinn dass die so spielen ja ja gleich in äh letzte Lobby können wir melden ja ne letzte Lobby finde ich meine letzten Leute nie das ist seit vorgestern ist das wohl äh fix okay bro also vielleicht finnisch ja nicht weil die Cheats dann nicht erkannt werden ja ja wurde mir auch geschrieben oh 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 er wurde gesniped ja da war safe ja das ist 2v2 ja das war's ja beide Nocks die gewinnen das doch gar ich fasse es nicht Digga der hat sogar ne Taktik mir tut alles weh krank alles tut weh alles tut weh oh mein Gott krank aber beide Nuke skin und beide so Low Level also es ist ich bleib bei beide Cheater von mir aus hat Isle of Camping irgendwann ausgemacht oder so aber die spielen ja auch bewusst zusammen und beide Nuke skin und so also können wir uns einigen auf beides versage er hat alles an und hat Gategeber ja oh mein Gott krank 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 oh du hast auch ne starke Runde gespielt ja danke du hast ne starke Runde gespielt lass auf jeden Fall auch ein Like da für die Performance von Dinkel wie hast du 5 Killed mit 800 egal scheiße ich bin gut mhm mhm ja ja ich bin ich bin hiluser ich bin